Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Ok, es tut mir leid, ich habe gerade eine Skyrim auch noch was ich gemacht. Es ist natürlich Minecraft Games, es fängt ja schon super an. Und ja, wir spielen heute wieder Minecraft Midi-Games. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal wieder Enterprise spielen. Und ich muss das, sie ist gerade ein bisschen laut. Sieben. Das ist Messias, hier von Handel. Ein, 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 kein klassisches Stück, sondern ein. Oder ist das ein klassisches Stück? Das ist doch eine Kantate, meine ich. Ich glaube es ist eine Kantate. Die wird uns auf jeden Fall helfen hier. Bei Enders Leaf. Das fängt ja schon mal super an. Habe ich gerade die Folgen nochmal aufgeschrieben. Ja. Der erste ist schon mal weg. Uiuiuiuiui, ich auch fast. Nein. Hu 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 hu. Du hier, wir können uns vereinen. Also nicht so, wie wer das denkt. So. Nein, 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 nein. Ja. Schon besser. Wow. Hört ihr das? Oh. Nein, 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 nein. Ja. Abo, ich musste durchlaufen. Toil Shot. Jawoll. Sehr schön. Wie viele zwölf haben wir noch? Okay. Ah ne, da gehe ich lieber hin. Der Kunk. Wenn der da auf seiner Plattform steht. Hör. Wieso? Ich glaube der ist... Oh nein. Ich habe jetzt überlegt. Der hat über... Tröbel Shot. Was? Wow, 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 wow. Na das ist ein Burn-Burner. Burn-out. Was? Moment. Moment. Nein, 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 nein. Kacke. Ja, da habe ich mir dort einmal die... äh, verschwitzten Hände gerade kurz... trocknen wollen. Und dann dort... Ja, können wir nochmal trennen. Können wir nochmal reingehen. Habt ihr ja auch über X-Server gesehen alle, ne? Ich werde da noch ganz fertig studieren. Können wir das... Also das... Das macht mir richtig Spaß. Wird die Server weiter zu laufen, dann... ähm... Kann ich mir... Kann ich... Kann ich mir echt, äh... Vorstellen, das wird bestimmt 30 Folgen... Also für einen ganzen Monat jetzt auf jeden Fall reichen. Ich weiß nicht, wie ich das ausbringe. Das ist so jeden zweiten Monat. Vielleicht, äh... Eine Folge rausbringen würde. Könnte ich mir vorstellen. Mensch, wie lange... Also ich meine, das ist schon... Geht lange, das weiß ich, aber... Das ist... Ich denke mal, das ist... Ist in Ordnung. Junge, 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 dein Geheimnis ist Bewegung. Oh, der erste ist tot. Der erste ist tot, der erste ist tot. ... Weil er nicht gefährlich... Ah, das sind mir zu viele Leute... Aha. Warum genau das jetzt war... Weiß ich nicht... Tja, da bin ich. Okay, ein bisschen abwarten, ein bisschen abwarten. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine, null. Oh, so ein Triple Shot, den würde ich jetzt auch gerne nehmen. Ja, das ist ja super. Du weißt auch, dass ich dich auf... Ich helfe dir, ich helfe dir doch da hinten. Okay, da ist noch einer. Vielleicht kommen wir jetzt mal... Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon weiter, ne? Als letztes Mal. Das ist Metroid. Oh, was habe ich da? Ein Big Shot. Ah, cool. Ist auf jeden Fall ganz praktisch. Da fällt, da. Da fällt noch einer. Hä? Wo? Wo? Wie viele sind denn da noch? Drei. Oh, oh, oh. Nein, nein. Kacke, kacke, kacke. Kacke, kacke, kacke. Nein, 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 nein. Was? Nein. Scheiße. Ja, ich bin dritter geworden. Ja, ich bin dritter geworden. Ja, weil... Ist doch was. Scheinkeister, kacke, kacke. Naja. Gibt's Schlimmeres. Ja, ja. Naja. Dann, ähm... Kann man... Ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt sehen möchte, das Ende dieses, ähm... Matches. Da... Mach mir das nächste. Endersbleve. Da bist du. Oh, mein gliebtes Endersbleve. Oh, oh, ist das ein Novaleskin? Tatsächlich hinter dir mit dem normalen Steve. Mein Kaktuswan. Was ist das denn? Ist das Spongebob? Oh, scheiße. So. Ja, das scheint so was Spongebob-ähnliches zu sein. Z. Ist das Zorrrrm? Zorrrrm, Zorrrrm. Ah, das ist Lenderman. Oh, ne, doch nicht Lenderman. Sind wir genügend? Boah, ich hab ne Hack-Zub-Lock-Verbindung. Halt wird's besser. Endersbleve beginnt jetzt. Hey, hey, hey. Boah, was richtig mies wäre, wenn da 15 gegen 1 wäre. Boah, natürlich ist das ein Nies, aber. Ich mein' ja nur. Du ähm. Oh Gott, allein dafür hat's mir gereicht. Die Wunder. Oh ja, so ein Big Shot wär' jetzt auch was. War das ein Big Mac? Fuch. Der ist gebürt. Ich geh' mal davon aus. Ah, wo sind die Items? Ähm. Ähm. Nein, 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 nein. Okay, es sind 13. Meine Güte, die halten sich aber heute mal lange. Finde ich. Oh scheiße, ich geh' lieber weg. Verteidigung ist der beste Angriff. Zumindest, wow. Wow, wow, wow. Kacke, kacke. Jetzt aber nicht verkacken. Boah, was, was, nein. Was? Boah, ich werd' scheiße. Scheiße, ihr habt das gesehen, ne? Ich hab' mich doch teleportet und bin trotzdem... Warte mal, ich kann auch schrägstrich lobby dort weiten. Das ist so, ich bin zu dämlich manchmal, ne? Ähm. Naja, gehen wir wieder in Endersplay rein. Eine Folge gibt's jetzt Endersplay zu sehen hier. Ich glaube, hier ist auch voll. Scheint so, ne? Ah, nee, jetzt ist voll. Ja, mit dem Zelda, mit nem kaputten Standardtypen. Ach, mit dem Kaktusmann. Der Kaktusmann. Natürlich. Recht zu spielen. Ah, halloh, halloh, halloh. Ja, hallo. Okay. Habt ihr's geschafft. Scheint gar nicht so. Good thing, I muted the white guy. Yes. Yes. Oh, kacke. Lustig, wär's auch mal, das Ding vom Liebsten zu schüren. Ich find diese Plattform, Leute. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Ah, ich bin heute, heute mal nicht so gut. Es ist, äh. Ah. Ähm. Pancakes. Äh. Hallo. Wer ist dieser Kaktusmann? Was ist denn das? Creeper-Anzug. Creeper. Spie-Dictative? Ich bin-Dictative. Was? Aha. Nein, da schütze ich mich mal in den Freitot. Ob das wohl Gamer war, dieses Halleluja, wobei eigentlich Händel ist ja schon lange tot. Also da müssen die Ohren ja aber echt der Spongebob man, also hier treffen wir gerade alle Leute wieder, das ist ja der Knüller. Der absolute Knüller-Magenbrot. Schlechte Leute, aber entgegen, weil hier der Kauenton runter. Das ist der Brüller. Ich genieße den schönen Ausblick. So, geht direkt los. Good luck, Herr Farn. Aber wir haben hier einen VIP, das ist natürlich... Wow, 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 wow. Das ist ein guter Scheinbar. Scheint, 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 ja. Wow, wow. Was habe ich denn da getan? Ähm, hallo? Oh, was? Oh. Weiter. Ähm, da hochzukommen, muss ich mich natürlich porten. Oh, ne. Wie kann ich jetzt hier, ne? Wie viele? Ach, 13. Mein Güte. Das ist aber echt der Brotronde heute. Oh, nein, 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 nein. Ich hätte mich quasi fast in den selbstverschuldeten Tod gebracht. Wow. Ich darf das in Megasprunge nicht machen. Okay. Ich brauche mal ein Item. Nein, bitte noch. Lämmer nehmen, so viele Leute. Das ist... Das ist echt scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein, nein. Kacke. Ach, wir machen es heute echt nicht. Vielleicht liegt es an der Musik. Vielleicht liegt es ja an der Musik. Super Mario sollte uns doch auch weiterhelfen. Oh, nein. Ich fand aber auch, dass die Leute derzeit alles richtig gut spielen. Da bin ich wieder Zelda, aber ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Okay, die könnten auch zusammengehören von den Farben. Das finde... Nicht so wunderschön. All die wunderschönen Skins hier in Minecraft freuen mich so sehr. Da ist der Santa, die Zelda, das sind zwei hier. Da ist so ein blauer Typ, ich kenne die nicht. Ich finde, die Skins alle sind wunderbar, aber noch mehr lieb ich es zu gewinnen. Ein Creeper im Anzug, ein Typ mit einem Creeper hinten, ein Typ mit roten Augen, der Weihnachtsmann und noch eine Frau. Ja, die gibt es alle hier, hier bei Minecraft, hier bei Minecraft, den Endersbleef. Wieso sind wir nicht alle freundlich und essen zusammen ein Kuchen, das war doch ganz Spaß. Ja, ich verstehe es nicht, wieso das denn nicht. Oh nein, da hat jemand ein Leck, das finde ich blöd. Aber ich habe den Leck nicht selber, also ist das für mich noch ganz gut. Der Typ hat durchs Loch geschossen, ich sehe keinen Gegner, das ist jetzt mal absolut sehr blöd. Ich will dich doch nur einmal verkackt, das fände ich wunderbar und komme ich drüber, ja, aber nur mit Glück. Da habe ich jemanden getötet, das war Glück. Er hätte mich selber genauso töten können, das war mein Glück. Wir sind hier alle friedlich und töten uns, ja, wir töten uns mit weiner Pferderüstung. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist laut, jetzt muss ich mich nach oben porten und hoffe, ich sterbe nicht. Da sind noch acht Spieler, nein, sieben, was wäre es das denn, ich habe immer noch kein Mega-Item. Ach du Scheiße, da werde ich sterben, das ist doch blöd. Aber hier ist ein, ich habe den Dreifachschuss, ich gehe mal wieder hoch und werde sterben, weil ich hier falle. Das ist doch blöd, wieso falle ich immer runter. Was soll das denn jetzt? Ei, 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 ei. Das Lied kenne ich nicht. Wie viele sind hier? Oh, ich bin Dritter. Ah, da, 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 da. Habe ich eigentlich den? Nein. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Ich will doch wenigstens Dritter werden. Okay, ich habe keinen Dreifachschuss mehr. Da, 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 nein. Ich muss mal wieder hoch. Leute. Wollt ihr mich denn verappeln? Näh, 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 näh. Au, 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 au. Kacke. Vielleicht fällt ihr ja noch früher. Kacke, kacke, nein, 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 nein. Hey, ich bin ich schon wieder Dritter geworden. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Aber da konnte er sich noch halten und springen. Ach, das ist doch kacke. und der, der hat hier noch ganz viele Blöcke und da fällt da, man konnte sich nicht halten ja, das ist naja, dritter und der bleibt hier im ersten boah na, das war's, damit ihr Erfolg geholt, bis dahin und tschüss